So, willkommen zu einer neuen Folge Maxout Monday, äh, Monday, am Montag, genau, und es ist was passiert, und zwar ist ja hier dieses Alola an Alola Event, und da konnte man ja, so wie damals schon, dass man ein Owei zu einem Alola Kokowai entwickeln konnte, was was ganz einmaliges ist, also jeder hätte da ein Shiny Krypto Owei zu einem Shiny Krypto Kokowai Alola machen können, was es sonst gar nicht gibt. Ich hab's natürlich verpasst, diesmal hab ich's nicht verpasst, ich habe hier, pass auf, ich habe hier Knogger gemacht, und habe neben dem normalen Knogger und dem Shiny Knogger jetzt eben auch ein Shiny Alola Knogger gemacht und entwickelt. Wer das noch nicht gemacht hat, macht das noch, solange das Event noch läuft. Und gleichzeitig dachte ich mir, weil dieses Pokémon so extrem im Vordergrund stand, wird das auch das Titel-Pokémon für die heutige Sendung, habe deswegen auch ein normales 100er Dragosso zu einem 100%igen Alola Knogger gemacht, dass ich eins maxen kann. Von euch kam nämlich schon mal der Vorschlag, max mal bitte ein Alola Knogger. Die XL-Bombombs habe ich dafür gehabt, ich wollte das aber nicht machen, da das das einzige 1337er Pokémon ist, was ich hab. Die 1337, das ist auf jeden Fall speziell. Und das ist ein 100er, und das habe ich in einem Stream aus einem Raid bekommen, als der Alola Knogger Raid Day war. Deswegen möchte ich das nicht maxen, habe jetzt aber ein zweites, und dieses kann ich jetzt maxen, weil da ist in die WP komplett egal. Wir drücken also direkt drauf und maxen dieses 100% Alola Knogger auf Level 50. Ich bekomme jetzt auch hier wieder den Tag, dass der auch auf 50 ist. Und dann geht es ganz gemütlich weiter in der Suche, ihr wisst ja, wie wir das immer machen, hier vier Sternchen und... Ich kann mich immer noch nicht an diese iPhone-Tastatur gewöhnen. Wo ist denn hier ein und? Und? Ich sehe das unten hier, vier Sternchen und. Und da werden wir jetzt wieder eure Vorschläge durchgehen und eingeben, was ihr so habt. Fünf Zuschauer-Vorschläge können noch gemaxed werden. Anonym, hey Ramsen, ich bin hier nochmal, um zu sagen, dass ich den Level 40 Account, den du verlost, mir sehr wünsche, um es meinem Bruder zu geben. Nächste Woche hat er Geburtstag. Dann, äh, alles Gute zum Geburtstag, Anonyms Bruder. Den Account hat leider keiner von euch beiden gewonnen. Gleichzeitig hat den, der den Account gewonnen hat, sich bis jetzt immer noch nicht bei mir gemeldet. Das heißt, wenn der sich theoretisch bis morgen immer noch nicht gemeldet hat, dann werde ich morgen einfach das Gewinnspiel-Video neu hochladen und der Account wird nochmal verlost. Der war ja direkt im Stream da, hat gesagt, jo, ich melde mich, aber bei WhatsApp gib bitte mal deine Nummer. Die habe ich in den Chat geschrieben. Alle möglichen Leute haben sich bei mir gemeldet, aber nicht der Gewinner. Ja, Kevin, max mal bitte ein Mantax oder ein Turtog oder ein Krypto Mewtwo. Krypto Mewtwo habe ich keinen Hunder da. Turtog haben wir ja schon gezeigt, haben wir ja schon gemaxed, haben wir hier das, was auch bei den Level 50er Pokémon mit angezeigt war. Mantax habe ich... Ist das gemaxed? Ist nicht gemaxed, reicht aber leider auch nicht, können wir also noch nicht machen. Für alle Neuen, die das nicht kennen, ich versuche also immer, wenn ich ein Hundertprozent habe von den Pokémon und genügend XL-Bombombs, das direkt auf 50 zu ziehen und dabei sollt ihr mir helfen. Sweezy, kannst du mal ein Magnetzone maxen? Magnetzone dürfte natürlich auch hier mit dabei sein, dass man sieht, okay, Magnetzone ist auch schon auf Level 50. Anonym, gelbes und oder lilanes Choreogl. Gelb und lila, wir haben ein, glaube ich, ein rotes Choreogl, oder? Schon gemaxed? Und solange wir noch andere Vorschläge haben, werden wir kein doppeltes Pokémon maxen. Wenn wir durch sind und es fehlen noch, dann würde ich auch mit gelb und lila anfangen, damit wir was hier zu tun haben. Mark niemals, gute Idee, kannst du Mark Gago nennen? Wenn das nicht als Vorschlag zählt, hätte ich neue Vorschläge. Alola Knogger, haben wir schon gemacht. Manntags, geht nicht. Kabaloris, Gräung. Jetzt müssen wir mal kurz Kabaloris und Gräung angucken. Kabaloris ist das hier, oder? Das ist Kabaloris. Kabaloris, können wir maxen. Ich hoffe, das ist auch Kabaloris. Steht einfach nur eine 100 da. 2626 ist gemaxed, kriegt den Level 50 Tag. Und das war der Vorschlag von Mark niemals. Und weil der... Wie schreibt man das? Mark Cargo? Mark Cargo? Mark? Wo ist denn das? Wir haben das letztens gemaxed, genau. Hier, Mark Cargo. Mark Cargo. Jetzt müssen wir mal schauen, wie hat er das geschrieben? Einfach Mark? Mark... Ach, Mark und Gargo. Mark Gargo. Dann nennen wir das einfach Mark Gargo. Mark... Gargo. So. Da komme ich zwar noch mehr durcheinander, wenn ich das suche, weil ich dann gar keinen Durchblick mehr habe, aber das... Mark Cargo heißt jetzt Mark Gargo. Und das haben ja auch einige gemacht. In letzter Zeit immer Namensvorschläge für bestimmte Pokémon abgegeben, während der Maxort Monday folgen. Und dann hat man das halt einfach mitgemacht. Das ist also das Erste. Wir haben noch vier von den Zuschauern ausstehen. Henry. Mein Vorschlag für kommende Woche. Viscogon, Pyroleo, Galalascho King. So, Viscogon ist auf 50. Galalascho King. Habe ich keinen Hunder da. Wir hätten ein normales. Aber er wollte ja Galalas, also zählt das nicht. Und das andere war Pyroleo. Pyroleo. Haben wir Männchen, haben wir Weibchen. Wir nehmen natürlich den Mann. Und Henry kriegt den Pyroleo auf 3129. Bitteschön. Dann ist das jetzt auch hier. Das heißt, wir haben noch drei Vorschläge übrig von euch, die wir machen können. Balou, Driftlon oder Natu oder Krebskorps Sengo. Driftlon, Natu, Krebskorps, Sengo. Also, da ist die nächste Regel. Wenn wir, bevor wir ein Driftlon maxen würden, würden wir natürlich die Weiterentwicklung maxen. Was hier ganz cool ist. Wir haben ein Driftlon. Wir haben ein Driftzeppli. Wir haben ein Driftzeppli mit 100% und Partyhut. Also mit Kostüm. Und das ist von Robert 100er. Und weil er ja eigentlich möchte, dass wir das maxen, wir aber eine Entwicklung maxen, dann maxen wir einfach diese Entwicklung mit Hut, Kostüm und Namen schon dran. Auf 2693. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ihr kriegt hier auch, das wollte ich jetzt mal einen Tag dran. Level 50 Tag. Das heißt, die anderen gucken wir uns gar nicht erst an. Natu, Krebskorps, Sengo, gucken wir uns nicht an. Driftlon hat ja gepasst. Wenn irgendwann wir keine mehr haben, müssten wir natürlich auch Driftlon maxen. Jetzt haben wir noch drei. Haben wir drei? Jetzt muss ich nochmal schauen. Wir hatten... Ähm... Cabalores, ja. Pyroleo, ja. Und das, genau. Also zwei Stück fehlen noch. Eckig sagt Danke. Ellen Gramann. Stami oder noch lieber Lucario und kannst du ein Lucario Mori nennen. Stami. Stami. Falsch geschrieben. Stami haben wir hier. Stami ist noch nicht gemaxed. Stami können wir aber auch nicht maxen. Fehlen die Bonbons. Äh, Lucario ist noch nicht gemaxed. Und wir ändern ja nur gemaxed Pokémon im Namen. Also nennen wir das auch nicht Mori. Weil wir konnten es ja nicht maxen. Lucario habe ich keinen Hunder da. Da möchte ich warten, bis Mega Lucario in den Raids ist. Und dann da richtig abgehen. YouTube DJ. Ein Pikachu, bitte. Pikachu wisst ihr ja dann, dass wir wohl auf Raichu gehen würden. Raichu ist gemaxed. Also gehen wir weiter. Kölny. Mach mal bitte ein Video zu all deinen Level 50 Pokémon. Hammer gemacht. Christina Bonn sagt. Ich habe einmal damit angefangen zu fragen, ob du etwas nach mir benennen kannst. Jetzt machen wir es sehr viele. Cool. Christina Bonn sagt nochmal. Kannst du maxen? Mirapla. Tantrak für Nondor. Tantrak für Nondor. Tantrak. Tantrak haben wir noch nicht gemaxed. Können wir auch nicht maxen. Da muss ich noch ein paar Algen brüten, so wie es ausschaut. Für Nondor. Wir nehmen uns natürlich gleich die schwersten. Für Nondor ist gemaxed. Also bleibt noch. Was blieb übrig? Mirapla. Hm. Mirapla. Max man ja natürlich Giflor. Giflor können wir auch maxen. Generation 1. Immer zuerst, bevor wir Bluebella oder so angreifen, anbringen, maxen wir natürlich erstmal Giflor. Giflor ist jetzt auch gemaxed. Giflor auf 2883. Noch ein Vorschlag also. Bei Nico. Bin recht neu dabei. Wie bekommt man so schnell die neuen Hunderter regionalen? Hunderter tauscht er viele? Dann nutzt er Maps. Da haben wir schon geantwortet. Zeig mal bitte deine Level 50 Liste. Haben wir gemacht, Kai. Habe 100 Meltan bekommen am Sonntag. Glückwunsch. Ein Voldolos Level 50 wäre sehr nice. Sebastian Alt. Haben wir schon. Können wir uns zeigen. Hier. Voldolos Level 50. Genannt nach Patsch, weil es von dem gekommen ist. Oh, Leonard. Maxen. Farbigel. Geht noch nicht. Dedenne. Abokalyp. Jetzt muss ich mal schauen. Also wir schauen trotzdem nochmal nach Farbigel. Farbigel. Nix. Dedenne. Nix. Können wir leider nicht. Reichen die Bonbons nicht? Äh. Apo. Qualyp. Bidifas. Apo. Apo. Qualyp. Reichen die Bonbons nicht? Bidifas. Haben wir, glaube ich, letztens gemacht. Genau. Bidifas haben wir gemacht. Girafari. Kleopada. Gira. Girafarig. Da könnte man welche umwandeln. Girafarig. Kleopada. Wir gucken aber erstmal weiter. Kleopada. Kleopada. Würde funktionieren. Wir machen einfach die auf 2087. Bevor ich hier umwandle und noch rechnen muss oder irgendwas. Machen wir es lieber so, wie es ist. So. Dann sind das eigentlich alle Vorschläge gewesen. Weiterhin hat Lennart noch gesagt. Da sind auf jeden Fall noch einige fette Sachen dabei. Könntest du vielleicht in Sengo maxen, sagt er Lückricks, Finn, Julchen. Ich weiß nicht, ob du den 98er Shiny Darkrei bereits gemaxed hast. Falls ja, dann natürlich das Ballerina-Pikachu. Würde ich aber beides nicht maxen. Ich maxe doch nur Hunderter. Und kein 98er Shiny Darkrei. Und auch kein anderes Ding. Benjamin Engel, ja, hat mir wieder gute Tipps gegeben. Ansonsten hat er gesagt, Sonnenfell-Bodo-Gel auf 50 wäre cool. Visa-Fan-Enzo. Burma da mit dem Lumpenumhang. Ein Gramms-Chef. Gerne Chef im Ring heißen. Ein Gramms-Chef. Chef im Ring. Gramms-Chef haben wir ja schon gemaxed. Jetzt gucken wir mal hier nach. Gramms-Chef. Chef im Ring. Ja, passt das überhaupt hin? Chef. Das sieht komisch aus. Chef. Mach jetzt klein. Im. Ring. Meinen sie das so? Chef im Ring. Mein Vorschlag, Kommentar 25. Wird wohl nichts, aber. Zerpeiße. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das schon gemaxed ist. Gruß der Scheinungs. Zerpeiße, glaube ich, ist auch nicht gemaxed. Tote Oma. Jay Badar. Mein Vorschlag wäre Lucy von RL Alex. Verlussi haben wir aber auch schon. Albert Giant. Habe auch keinen Abras geredet. Kein Shiny. Bier Schanga. Skaraborn weiblich. Shiny umbenennen. Grüße an Bier Schanga. Umbenennen. Ja, wir haben es ja nicht gemaxed. Also haben wir es auch nicht umbenannt. Aerodactyl. Kann ich leider auch noch nicht maxen. Kyokre Shiny. Habe ich keinen Hunder da. Ne? Siehste? Nix dabei. Jenna. Zur Aufklärung. Das ist der Name meines Vaters. Noch mehr Vorschläge. Okay, okay. Madu. Zum Abschluss. Alola Raichu gemaxed werden. Ich habe halt das Alola Knogger gemacht. Theoretisch waren das alle Vorschläge. Wenn jetzt die Vorschläge, die jetzt erst dran waren, nachdem ich schon fertig war, macht die halt einfach bitte nochmal. Gebt wieder Vorschläge unter dieses Video für das nächste Video. Und übertreibt es bitte nicht mit den Namen. Trotzdem, das ist und nicht alles mögliche. Nenn das hier und das dort und das jenes und das. Es soll schon irgendwie einen Zusammenhang haben. Also wenn einer sagt, kannst du ja Raupi maxen und es Wurmli nennen und wir maxen das und dann benennen wir das um. Das passt schon irgendwie zusammen. Aber dass jetzt alle immer ankommen mit irgendwelchen schlechten Pokémon, mit Kack, IV, ich die maxen soll und dann einen komischen Namen dran, wäre ich jetzt nicht so der Fan von. So, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich vorhin gemaxt habe, was so cool war. Irgendwas fand ich auf jeden Fall richtig stark. Und ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Schreibt Kommentare wieder drunter, welche sechs Pokémon oder beziehungsweise von euch fünf vielleicht und von mir eins oder sechs von euch soll ich beim nächsten Mal maxen. Was denkt ihr, was ist noch nicht gemaxt? Was würde noch gehen, wenn ihr drei Vorschläge hattet und der erste hat gleich geklappt? Macht die zwei anderen einfach wieder nochmal. Und ansonsten sehen wir uns am Montag. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Oder wir sehen uns nicht am Montag, weil vielleicht Kyokre in die Quere kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal schauen. Ansonsten viel Spaß damit. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Ciao.